Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Minecraft-PVP-Action mit Clangun, hallo? Hallo! Hallo! Wir spielen One in the Jammer auf dem Funwild-Server, ne? Genau, funwild.eu, ähm, und zwar, ja, mit Clangun. Oh, fuck, ich bin runtergefallen, also einer hat mich runtergeschlagen. Scheiße! Scheiße, daneben geschossen! Äh, der Lyskario ist auch dabei, wenn ich deinen Namen noch gar nicht gesagt hab. Oh Gott, ja, stirb! 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 Ja, ich hab ihn getötet! Der Nächste! Nein! Nicht mich! Nicht mich! Ich will nicht sterben! Immer so viel Gewalt! Verdammt! Oh mein Gott, ey! Immer so viel Gewalt! Mann, ich bin runtergefallen. Ha, ich hab ihn erwischt, oder was? Ne. Oder was? Oder wie? Ha! Rechts! Links! Und! Auf ihn drauf! Boah, du Heseliger! Was war das denn jetzt? Ich wurde in der Luft getötet. Ich hab nur drei Leben und hab bis jetzt wieder nur einen gekillt. Äh, ne, ne, ne! Ja! Ich hab bis jetzt wieder nur einen gekillt, Mann! Ah, Mist! Äh, die Dings an der Seite lädt nicht. Sonst könnt ihr euch sehen, auf wievielten Platz ich bin. Auf dem wievielten Platz ich bin. Das kommt bestimmt gleich noch. Fall runter! Bastard! Ey, ich hab den doch getroffen! So. Ich hab den einen runtergeschossen. Gilt das als Kill für mich? Ne, ne? Ne, ich glaub nicht. Du musst den so mit nem Pfeil töten. Voll doof. Oh Gott! Fuck! Oh Scheiße! Da! Nein! Stimm, 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 Stimm! Hör auf! Hör auf! Nein! Fuck! Ich hab extra gesagt, hör auf. Aber nein, er hört nicht. Er muss fühlen. Nein! Oh Gott! Wegen dir hab ich nur noch die Hälfte meiner Herzen, Mann! Oh, ich hab nur noch ein Leben. Ja, sauber. Ja, 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 ja. Ich bin Dritter. Sogar ich hab noch zwei Leben. Ja! Wer bin ich? Ich bin immer nicht letzter, ja! Dieses Mal wenigstens nicht. Ja, die anderen Runden waren nicht so erfolgreich, ne? Ja, was heißt anderen Runden? Eine Runde war das, ja? Ja, gut. Und die anderen Sachen davor, also die waren auch nicht so... Hey! 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 Kulp, kulp, schip, schip, schip! Fuck, wie der mich einfach wegballert, ey! Ich hab Angst, dass ich hier runterfalle. Das ist nicht witzig. Oh Gott. Oh Gott. Hast du noch ein Leben? Ja. Du lebst noch immer? Ja. Du Spacko lebst noch immer, wirklich? Ja. Das ist doch nicht wahr. Oh fuck, ich hab einen Fall. Einen Fall für die Klapse! Nein! Ja! Ja! Geil, ich hab jemanden gekillt, Alter. Ey, nur noch für beide Leben, ne? Nein, oder? Doch, wenn du Tab drückst, siehst du, dass nur noch wir beide leben. Oh Gott! Kulp hat 17 Tode gehabt. Äh, also, also... Kills. Oh Mann, Klinger, lass mich töten! Wo bist du? Lass mich dich töten, bitte! Wo bist denn du? Nein! Ich wusste, dass du Nein sagst! Nein! Ich sag dir nicht, wo ich will, du Spacko! Komm her! Ja? Ich hab nur noch die Hälfte meines Lebens! Hör auf! Ich seh dich! Ah! Ha! Scheiße! Nein! Hast du noch einen Fall? Nicht für dich. Warte, ich komm, ich hol dich. Nee, ich glaub... Alter, ich hab nur noch 8 Herzen! Hör auf damit! Ich hab nur noch 8 Herzen! Ich will nicht gegen dich kämpfen, wenn ich so wenig Leben hab! Oh Gott! Bleib stehen! Fuck! Das ist eine... Oh Gott, nein! Nein! Oh Gott! Einer zum Herzen! Bleib stehen! Rein ins Wasser! Rein ins Wasser! Nein! Ja! Nein! Du Spacko, ich hatte nur noch 8 Herzen und wollte mit dir kämpfen, wenn ich 10 habe! Ich wurde Zweiter, aber das war der höhere Sieg! Ja, okay! Dass ich dich besiegt hab! Aber hey! Ich hab 5 gekillt! Läuft bei dir! Läuft bei mir! Ich würd sagen, wir wären einfach noch ne Runde dran, ne? Jo, nächste Runde im Anschluss! Hallo! Äh, was denn? Das denn? Also... Da, wo du jetzt gerade gesagt hast, nächstes Mal machen wir ein faires 1-G... Oh nein! Ich bin runtergesprungen! Nein! Willkommen zur zweiten Folge! Äh, also zur zweiten Runde! Ähm... One in the Chamber! Und, äh... Hoffentlich hast du das jetzt reingeschnitten! Ich bin runtergefallen! Oh Gott! Warum fällts dann runter? Warum machst du denn sowas? Das ist doch voll doof! Nicht mich abschießen! Glengarn, hör auf! Glengarn, bitte! Oh fuck! Nein! 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 Ich bin genau in den Fall reingerannt! Hör auf Glengarn! Ich bin doch nicht dein, dein, dein... Oh Gott! Oha, das war gut! Das war gut! Ich war so klug! Na! Alter! Der hat mich ja... Alter, ist Kulp gut, ey! Ich bin gut! Mit 5 Kills! Oh ne Witz! Oh ne Witz! Ha! Ich hab mich erwischt! Ha! Ich hab mich erwischt! Scheiße nicht mehr! Oh fuck! Vor allen Dingen, du hast es genau passend zu mir auch gesagt! Achso! Cool! Geil! Nein! Wir haben uns gegenseitig getroffen! Fuck! Ich nicht! Oh! Alle stehen bei mir! Kann das sein, dass es einfach runter geht? Moment! Oh Gott! Oh Gott! Alter! Ohne Witz! Man! Es hat gelaggt und ich wurde während ich gesprungen bin abgeschossen! Was ist das für ein Scheiß! Scheißen! Scheißen Dreck! Nein! Wie dumm ich bin! Ich hab nur noch ein Leben! Ich hab noch 4 und hab noch 2 Pfeile in meinem Inventuch! Nein! 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 Boah! Diesmal hab ich 6 gekillt! Ich bin besser als du! Ich bin besser als du! Ich bin gar nicht in der Liste! Nein! Du bist erster Platz! Du Spacko! Ich bin besser als du! Ich bin besser als du! Fuck! Lebkult noch! Nein! Der hat noch 4 Leben! Oh Gott! Runter mit dir! Nein! Nicht mich! Nicht mich! Boah! Wie gut der einfach ist ey! Boah! Ey! Alter! Alter! Ich bin gerade richtig sauber! Ich hab 10 Kills! Du Spacko! Nein! Nicht von hinten! Ja! 11 Kills! Ha! Du Spacken Alter! 12 Kills! Nein! Ist ein Faker! Okay! Ich hab noch 3 Leben ne! Und hab dich schon überholt! Alter! Hey! Das ist ja ein Wunder, dass du in der ersten Runde direkt so gut bist! Ah ne! Wir hatten ja schon die eine nach vor! Ja! Alter! Das war doch awesome oder nicht? Ja! Ich hab so viele hintereinander gekillt! Ja! Ja! Entschuldigung aber! Das ist unfair! Unfair! Ja ne! Das ist Adrenalinkick! You know what I'm saying! Wer lebt noch? Das ist ein Adrenalin Junkie! Alter! Und Julio7! Kulp! Alter! Ich töte Kulp! Jetzt übertreibt doch nicht direkt immer! Was? Ich töte ihn! Ja! Das will ich sehen! Okay! Wirklich? Ja! Ich zeig dir, dass ich es drauf habe! Das ist aber nicht Kulp! Da ist Kulp! Alter! Kulp übertreibt immer direkt richtig! Siehst du? Was? Ich hab doch gesagt! Oh Mann! Ich hab direkt in der selben Sekunde geschossen wie er und jetzt seiner hat! Gegolten meiner nicht! Was der fuck ist das denn? Du triffst ihn! Ruhe hier! Ich hab noch 2 Leben! Nein! Boah! Beine heruntergefallen! Nur noch du gegen Kulp! Was? Oh Gott! Wie mein Schuss einfach nicht gilt! Hast du das gerade gesehen? Ja! Wieso hab ich keinen Pfeil im Inventar? Ich bin doch gerade gestorben! Das dauert noch! Oh Mist! Wie das einfach jetzt nicht ging! Kulp! Stirb! 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 Fuck! Ja! Oha! Jeder noch ein Leben! Endlich! Aber er hat alle Herzen! Ich hab nur noch 3! Ja das ist blöd! Wenn du mir sagst wo er ist! Ich seh den selbst nicht! Fuck it! Okay der ist... Eigentlich ist Ghosten verboten ne? Ja gut dann Ghost er nicht! Aber der rennt auf dich zu frontal! Fuck! Nein! Ich hab nur noch 5 Herzen! Genauso wie du jetzt gerade in der letzten Runde! Fuck! Lass mich reggen! Lass mich reggen! Lass mich reggen! Der rennt andersrum ne? Fuck! Lass mich reggen! Lass mich reggen! Fuck! Alter lass mich laufen du Spacko! Scheiß Map! Ist immer süß wie du weg rennst! Ja darf ich nicht! Er kommt übrigens immer näher! Wie jetzt? Wie schafft er das? Weiß ich nicht! Er ist ganz nahe jetzt! Oh gleich hat er dich! Nicht mit mir! Vielleicht kannst du ihn runterschlagen! Nein! Nein! Oh Gott! Das war so knapp ey! Ich glaube eine Runde hängen wir noch dran oder? Ja genau! Die nächste Runde ist dann wieder wo ich richtig scheiße abschneide! Vielleicht gewinnen wir ja mal! Vielleicht gewinnen wir ja mal! Bis gleich! Nein! Vielleicht gewinnen wir ja dieses Mal! Da sind wir wieder mitten in der neuen Runde! Ich bin wieder runter gesprungen oder was? Nein! Okay! Warum springst du denn immer runter? Keine Ahnung! Bei mir sieht das immer so aus! Oh man! Direktur! Neue Runde auf einer anderen Map! Ich bin nicht töd! Ich lenke an! Hi! Guck dich! Nein! Hast du mich getroffen? Ja natürlich! Fuck ey! So! Letzte Runde war ja richtig knapp hier mit Külp! Tod! Nein! Scheiße! 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 Oh Gott! Stirb! Du Melone! Stirb! Ja! Ich hab ihn erwischt! Ja! Ich hab ihn getötet! Mit dem Schwert! Nein! Warum konnte ich den nicht? Oh shit! Daneben geschossen! Leider! Wir spielen jetzt mal die Schneemap! Frostbite! Klang an! Scheiße! Nein! Der wollte dich abschießen und hat mich abgeschossen! Fuck! Ich bin schon wieder nicht in der Liste! Immer bin ich nicht in der Liste! Jetzt bin ich in der Liste! Der wollte dich abschießen und hat mich aber dann erwischt! Ist das ein Blödsinn oder ist das ein Blödsinn? Ja! Das ist dein Pech, ne? Ne! Ist dein Pech, jo! Ha! Daneben geschossen! Spacko! Melone! Melone! Alter! Wenn ich jetzt verliere gegen die Melone! Gegen die Melone! Ja! Entschuldigung! Weil ich kenn die Namen nicht! Ich hab daneben geschossen! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Töte mich nicht! Mr. Checknix? Heißt der Checknix? Fuck! Ja! Nein! Oh, ich hab ihn getötet! Fuck! Ich bin schon wieder nicht in der Liste! Die aktualisiert sich immer komisch! Ah! Ich bin Erster! Okay! Nein! Hahaha! Boah! Klängern extra! Nein! Oh! Verpiss dich! Nein! Nein! Ich hab extra gewartet, Mann! Hahaha! Wegen deiner scheiß Spawn Protection, ey! Ja! Oh ne... Da! Nein! Nein! Fuck! Alter! Oh fuck, ey! Cool! Ich hab nur... Ich hab nur noch einen Herz! Cool! 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 Oh fuck! Cool! 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 Oh fuck! Cool! Gegenseitig gekillt! LoL! Achja! Was passiert eigentlich, wenn man sich gegenseitig killt und man die Letzten ist und dann kein Leben mehr hat? Weiß ich nicht! Dann beide tot! Dann der mit dem Eis... Hättest mich rennen lassen sollen! Hahaha! Aha! Verpiss dich! Nein! Nein! Jetzt bin ich raus! Ja! Er ist raus! Oh ne! Ja, hallo! Guck mal! Meine Kills! Ich hab nur 8, ja! Ich muss dich noch überholen! Wo bist du? Ich muss dich... Ah ne! Es ist Kulp! Scheiße! Nein! Ich bin im Chat! Fuck! Ich bin im Chat! Hättet ihr übrigens Kulp! Ja! Hättest mich rennen lassen sollen! Fuck! Wie viele leben denn noch? Zwei... Vier... Okay! Alter, Kulp ist richtig gut, ne? Xelluk! Xelluk! Der hat einfach drei... Drei Herzen! Bleib stehen, Mann! Ich muss dich töten! Du musst! Ja, ich muss, sonst hab ich keinen Pfeil und dann hab ich sowieso keine Chance gegen den Typen! Jetzt! Ah, Mist! Ja! Lol! LOL! Ja! Wier einfach hinter mir auf doch und ich bin wieder im Chat! Verdammte Scheiße! Hahaha! Das ist Kulp! Fuck! Lass mich rennen! Lass mich rennen! Weil die Dual ist auch richtig schwer! Hahaha! Ja! Nimmt dich das alles mit? Ja! Oh Gott! Da ist noch einer! Nein! Er trifft dich! Er trifft dich! Oh Gott! War das knapp! Da ist noch einer! Lass mich laufen! Bitte! Kulp! Helf mir! Ach ja! Beide nur noch ein Herz, ne? Ja! Weil dann hat Kulp nämlich gewonnen! Aber Kulp kommt von hinten! Kulp kommt von hinten! Alter, der... Wie der die einfach fertig macht! Oh! Das war knapp! Daneben, du Bastard! Hahaha! Lass ihn regnen! Wen ich? Dich? Hast du Leben noch? Oder fehlen dir welche? Jetzt hab ich wieder alle! Okay! Ich werde so dermaßen verlieren! Vielleicht kannst du ihm ja drei Leben noch abnehmen! Ohne Bogen! Los geht's! Ja! Los geht's! Kein Fall, ne? Fuck jetzt! Oh Gott! Ja! Oh! Das war geil, Alter! Er kann das selbst nicht fassen! Alter! Moment! Bist du wieder im Chat? Ich lauf grad um dich rum! Das ist ja nicht! Hi, hi! Er sagt ja! Er sagt ja! Das ist auf japanisch! Ja, ja! Hi heißt ja auf japanisch? Ja heißt es! Lass mich regnen, Mann! Stopp! Stopp! Wieso läuft der zu mir? Der wird dich umarmen! Ich könnte so ein Arsch sein, ne? Ich könnte den voll mit dem Bogen jetzt abfetzen! Mach doch! Lass mich! Nein! Bist du wahnsinnig? Ja, aber er hat noch zwei Leben und du eins! Hör auf doch! Du bist ein Spacko! Das macht ihm Spaß! Ohne Witz! Warum denn? Ey, warum schießt der auf mich? Als hätte er dich gesehen! Warte! Neun Herzen hab ich noch! Er muss noch regnen lassen! Lass regnen! Neuneinhalb! Jetzt! Okay! Jetzt ist es los! Komm schon! Und du verlierst! Nein! Oh Gott! Loll! Meine Maus hat sich wieder selbst bewegt! Jajajaja! Ne, aber hey! Klang, 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 klang! Das hat man schon öfter in meinen Videos bemerkt! Dass sich meine Maus selbst nach oben oder nach unten bewegt! Aber ist ja auch ganz egal! Boah! Ja, 4,5 Hertz! Ne, ist klar! Ich hab dich zweimal nicht erwischt! Also! Auf jeden Fall! War es diesmal wirklich geil! Gerade die letzte Runde, ne? Ja! Besser als die davor! Ja! Besser als die erste zumindest! Und das wars! Ja, das wars mit One in the Chamber! Genau! Genau! Auf dem Fumble Server! Mit Klangy! Wenn ihr auch Bock habt das zu spielen, geht einfach auf den Server! Link in der Videobeschreibung! Also IP mäßig! Jojo! IP mäßig und so! In der Videobeschreibung kostet den nur 20 Euro! Nein, okay! 10 EURP-Safe-Karte! Natürlich! Schaut auf jeden Fall bei Liscario vorbei! Soll ich den Witz jetzt nochmal bringen, ne? Welchen Witz? Der macht lustige! Also der macht Videos! Nein! Nein! Der ist schon okay! So! Der macht lustige Videos! Also der macht Videos! Also der macht Videos! Ne! Auf jeden Fall! Ihr könnt auch bei Gelenkern vorbeischauen! Der macht nämlich auch lustige, naja! Ja! Videos! Auf jeden Fall! Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen! Tschüss! 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 Tschüss!